Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Five Nights at Freddy's Dieses Mal werden wir es nicht bekommen, das letzte Mal wurden wir von Foxy so richtig massakriert, terrorisiert Mir fällt kein anderes Wort mehr ein Ja Es war schrecklich Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, ich verlinke sie oben Bis zu 12 Uhr Ich werde jetzt die Taktik fahren und bis einst gar nichts machen Obwohl ich sie höre Oder sollen wir vielleicht doch mal kurz in die Kamera gucken Nur ganz kurz, einen kleinen Blick Ich trau mich gar nicht Doch ich mach's Okay Das Bunny ist wieder unterwegs, Foxy auch Wo ist das Bunny? Wo ist das Bunny? Wo ist der? Ach da ist er Wie schwer kann es sein in die dritte Nacht zu kommen? Wenn die zweite schon so bösartig ist Was ist denn mit der dritten? Oh man Oh man Diesmal war ich aber schnell genug Oh man ey, wie kann es sein? Es ist doch nicht mal Es ist gerade mal ein Uhr und der ist schon da Der Dricksack Erstens ist er nicht mehr da Foxy ist immer noch dort Ist er das? Ich weiß es nicht Willst du mich verarschen? Der steht immer noch vor der Tür Und was? Ah, das wollte ich eigentlich nicht mehr Das ist doch eine Tortur Der war doch eben ganz woanders gestanden Was ist das eigentlich für ein Bild? Jetzt sind sie alle unterwegs, oder? Alle Alle sind sie unterwegs Ach du Scheiße Ich will nichts gar nicht mehr aufmachen Ohne Witz Ohne Witz Wenn ich das aufmache Dann Dann Sterbe ich doch nur Oh man Zwei Uhr erst Meine halbe Batterie ist weg Was soll man denn das auf die Reihe kriegen? Drei Uhr Ich glaube bis jetzt ganz okay aus, oder? Ich weiß nicht, was ich tun soll Zweite Nacht Nächster Versuch Katastrophal ist das Wahnsinn Immer von Foxy werde ich geholt Es ist heute nicht mein Tag Was mache ich falsch? Schreibt es in die Kommentare, bitte Helft es mir weiter Ich glaube, es ist schon wieder einer unterwegs, oder? Da ist er Da ist er Zwölf Uhr und es ist schon wieder los Die Gummibärenbande Will mich Vergenusswurzeln Ich muss hier als etwas singen Um mich wieder gute Laune zu machen Gummibären Hüpfen hier und dort und überall Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst Das sind die Gummibären Das sind die Gummibären Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis Der Saft bringt hier Kraft Das Abenteuer lacht Gemeinsam könnt ihr noch viel mehr noch erleben Kommt alle mit Und seht einfach mit Gummibären Hüpfen hier und dort und überall Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst Das sind die Gummibären Bin ich vielleicht schon tot? Ich weiß es nicht Ich glaube nicht Ich check's nicht Das mache ich falsch Was war das? Was? 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 Was ist denn das Zeitneueste? Ist das die Ente? Oder ist das Foxy? Das ist Foxy Mit seinem Hakenarm Ist das sehr schlecht? Oh Mann ey, ich verballer so viel 55% schon wieder Es ist echt anstrengend 3 Uhr Wenn ich jetzt in engsten Stunde bei 4 Uhr wäre Dann würde ich jetzt die Türen zumachen Er ist immer noch da Ich habe mich auf jeden Fall bereit Die rechte Türen zuzumachen Wenn ich da etwas sehen sollte Oh mein Gott Reflexe des Todes, Mann Krass Ich mache solche Türen zuzumachen Er ist immer noch da, gell? Ich weiß es nicht Ich warte lieber noch, oder? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Soll ich kurz zumachen? Ich mache kurz zu Aber, aber, ah Ah, zu viel Lichter sind an Er ist immer noch da 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 sehe ich keinen Da auch nicht Ist jetzt nirgendswo einen Okay, 4 Uhr 28% Ich sehe immer nur von links kommen, gell? Das sind die richtige linke Schweine Er ist immer noch da 24% 4 Uhr schon Wenn man auf die Uhr In guter Dinge, dass wir es schaffen werden 22% Lunt es sich ab 5 Uhr Die Türen zuzumachen und zuzulassen Ich glaube, wir haben Oh, oh, oh Schon wieder Schon wieder Aber er ist nicht mehr da, oder? Er ist nicht mehr da 5 Uhr 16% Ich warte einen kurzen Augenblick Nur noch einen kurzen Augenblick Bei beiden Türen zuzumachen Das killt mich Oh Mann, 13% Bei 10% mache ich zu Bei 10% mache ich zu Ich mache jetzt schon zu 10% werde ich es schaffen Ich weiß es nicht 9% Oh, das geht ganz schön zügig, Leute Oh mein Gott Bei 3 mache ich auf Komm schon 6 Uhr, Mann 6 Uhr, bitte Ich habe es geschafft, Leute Dritte Nacht, Mann Yeah Cool Und das seht ihr in der nächsten Folge Bis dann, meine Freunde Servus Bis dann, meine Freunde Bis dann Bis dann Bis dann